Das Uniklinikum Salzburg hat einen der größten und modernsten OP-Bereiche Westösterreichs. Jährlich werden mehr als 10.000 Operationen durchgeführt. Bei allen operativen Eingriffen nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OTA, OP und Anästhesiepflege eine bedeutende Rolle ein. Als OTA am Uniklinikum Salzburg werden sie fachspezifisch und in fixen OP-Teams mit ausreichend Personalausstattung eingesetzt. Team Spirit ist uns ein sehr großes Anliegen. Profitieren auch Sie von zusätzlichen Annehmlichkeiten wie dem 13. und 14. Gehalt, einer günstigen Personalwohnung im Herzen von Salzburg, sowie vielfältigen Sport- und Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Werden auch Sie Teil unseres Pflegeteams.